Wir hier im Montage haben relativ viele Leute ohne technische Grundausbildung und die Tech-Basserelle ist für uns eine sehr gute Möglichkeit, dass die noch mehr technische Grundkenntnisse gewinnen können und so eigentlich ihren Job besser machen können. Ich bin im Rengen-Montage, bin in einer Gruppenzuständigen etwa 15 Leute. Wir fundieren hier Ventilblöcke und Endprüfung machen und werden dann direkt ausgeliefert. Ich komme aus dem Schreinerbruch, bin lange im Gastgewerb gewesen und bin seit knapp 10 Jahren hier bei Buchen für die Roller in Freutage. Die Motivation für mich ist, den Horizont zu erweitern und die erlernten, mechanische Tätigkeiten zu verfestigen. Ich bin hier als R-Trainer, ich arbeite hier auf diesen automatisierten Zentren, schaue zu den Roboter und zu den Maschinen, die jeweils einrichten und dann den Ablauf, den Prozessablauf kontrollieren und überwachen. Ich habe meine Ausbildung als Produktionsmechaniker hier in der Region gemacht und habe dort eben CNC nicht gehabt in meiner Grundausbildung und das möchte ich hier nachholen, damit ich meine Grundkenntnisse noch erweitern kann. Wir werden Pascal Kneggie weiterentwickeln, intern sowie auch mit externen Schulungen, damit er weiter den Verzug bekommt. Jetzt ist genau die Zeit, die wir nutzen müssen, dass wir bereit sind für die nächste Aufschule. Und das sind wir bereits in der nächsten Mal. Man kann es nicht auf das Gerät sein, sondern wirzulen uns auf die Spannung um den Tag zu einem neuen Preis. Ja. Weitere, wir sehen uns hier bei und wir sehen uns hier aus. Vielen Dank.